Hat-chen-bietsch Ich muss jetzt reinfahren, wenn ich... Schau mal Wo bist denn du? Schau mal Schau mal Über da? Oder hier? Hier. Das ist okay. Hier? Ich bin nicht sicher. Vielleicht hier? Nein, ich gehe da. Oh, du willst da? Ich gehe da. Ja, du kommst von hier, von hier? Ja, von hier. Du kennst das? Du kennst das? Wait, ich will show you something. Jetzt ist es sehr schön. Sehr easy. Du kennst das? Du kennst das? Du kennst das? Du kennst das? Ja. Und hier? Je teus. Du kennst das? Du kennst das? Du kennst das? Du kennst das? Kaffee Willkommen in Bochong-Li-Sot-Gos-Tau. Wir machen das mit dem Wurzeln. Wir machen das mit dem Wurzeln. Wir machen das mit dem Wurzeln. Hatjen Beach, das ist ein privater Strand, entweder man ist hier Gast in einem Resort oder man zahlt, als fremden Gehörte eintritt, also 2,50 Euro. Das Benutzen des Pools kostet allein, wenn du hier rein willst, 1000 Barth, dann wird schon teuer. Benutzen mit einem Pool 25 Euro, aber wer will das schon bei dem Strand? Was? Was? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank.